Mit dem Flieger aus dem Lego-Nineage-Set Drachenmeister Kohl lernst du, die Drachen zu beherrschen. Das Set enthält einen Griff, den du aus Legesteinen bauen musst, eine Minifigur-Kapsel, eine Klinge, Drachenflügel und einen Zug-Krimmen. Zeige Solo-Tricks, misch dich mit deinen Freunden und benutze dein ganzes Umfeld, um dir unzählige Guleninja-Herausforderungen einfallen zu lassen. Dieses Lego-Nineage-Spielzeug enthält Kohl als Minifigur. Enthält Lego-Nineage-Kohl als Minifigur. Enthält einen Griff, der aus Legesteinen gebaut werden muss, eine Minifigur-Kapsel, eine Klinge, Drachenflügel, einen Zug-Krimmen sowie eine runde Lego-2x2-Platte mit dem Logo von Kohl.